Ich glaube, dass ich doch mehr Talent fürs Fußballspielen habe. Gestern war eigentlich mehr oder minder Glück. Der Steffen, der dabei war, konnte es auch nicht glauben. Ich konnte es auch nicht glauben. Es war unglaublich. Da hat jeder Wurfart gesessen, das mit dem Fuß auch. Aber ich glaube, dass ich mehr Talent am Fußballspielen habe. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag, immer 18.30 Uhr auf Sport1.